Musik Benvenuti all Deutsche Vita im Dresdner Elbe Park. Als Italiener mit einem italienischen Eiskaffee setzen wir natürlich auf frische und regionale Produkte, um unseren Kunden allerhöchste Qualität zu bieten, denn Eis ist unsere Leidenschaft. Dieses stellen wir nach alten Familienrezepten jeden Tag selbst her. Von der frischen Milch, dem frischen Obst, den Pistazien, den Nüssen, dem Kakao bis hin zum Püree aus sonnengereiftem Obst muss alles stimmen, damit das Eis schmeckt. In unserem Eisfenster finden Sie täglich 48 verschiedene Sorten und in unserer Eiskarte bieten wir über 100 verschiedene Eisbecher an. Außerdem führen wir verschiedene Snacks wie Baguette, Toast, Krebs und Torten, die wir auch selbst herstellen. 21 verschiedene Tees und 16 heiße Schokoladen gehören ebenso zum Angebot wie Kaffee und Cappuccino in all ihren Variationen. Deutsche Vita zweimal im Dresdner Elbe Park, das Eiskaffee im ersten Obergeschoss am Haupteingang und eine Espressobar im Foodcourt des Centers. Hier ist alles. Das Eiskaffee im Dresdner Elbe Park, das Eiskaffee im Dresdner Park. Die Untertitelung des ZDF undutzkeitskungen der ZDF einer Landschaft des ZDF des ZDF des ZDF des ZDF der ZDF des ZDF des ZDF des ZDF des ZDF des ZDF des ZDF. Vielen Dank.